Damen und Herren, herzlich willkommen und hallo zum Recap der aktuellsten Fairytale-Episode 276, der Heraufforderter. Ich bin es, euer Demz, die Mafix, und wir schauen uns heute mal wieder die aktuellste Fairytale-Episode an. Ach Leute, es tut mir wirklich leid, dass ich die letzten Fairytale-Episode nicht geregelt habe, die eben, der Abschluss eben von Fairytale Zero, wo ich ganz kurz mal sagen muss, das als kleinen Nachtrag, mal abgesehen davon, dass es sehr schön war und eine wirklich sehr schöne, ja, Ansicht auf einen wirklich der sympathischen Charakter, nämlich Mavis, dargestellt hat, fand ich noch sehr schön am Ende der letzten Folge, dass nochmal so alles, was eben in der Zukunft mit Fairytale geschieht, sei es, dass eben hier Mavis stirbt, die Gildenmeister, am besten war ja, Gilders wird der neue Meister und danach wird Makarov der sechste Gildenmeister, das war allein schon das Beste. Gab es noch einige schöne Sachen, ich wollte nur noch anmerken, weil das habe ich schon mal gesagt, es heißt ja Fairytale Zero und beim letzten Mal haben sie auch Fairytale Serra geschieht, also nach Serra, die eben nur eine Einbildung für Mavis ist. Egal, Leute, eine sehr, 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 sehr schöne Story-Arc, muss man hier wirklich lobend erwähnen. Nun gehen wir aber, ja, etwas weiter wieder vor in der Zeit und gehen hier wieder in ein Jahr später nach den Ereignissen hier von Tartarus und der Auflösung der Gilde. Wir wissen ja, dass nach dem Kampf gegen Tartarus hier Natsu und Happium unter anderem aufgebrochen sind, um zu trainieren. Der Rest der Gilde hat sich ebenfalls hier getrennt und die Gilde wurde schließlich auch von Makarov aufgelöst. Aber wie es ja Mavis auch schon schön in der letzten Folge gesagt hat, wenn sie diese Gedanken, die wir bei der Gründung der Gilde hatten, übertragen, dann werden sie alle wieder zusammenzufinden. Und ich denke, wir haben ja, es war ja auch schon in dieser einen Folge, wenn ich mich noch recht erinnere, zu sehen, die letzte Folge ist Tartarus, dass man dann hier Natsu und Lucy so auf einer Blumenwiese stehen sieht, irgendwie so. Und ja, so, nun gehen wir aber hier erstmal zur Folge. Wir befinden uns in Krokus, der Hauptstadt von Fjorda und es ist, wie gesagt, ein Jahr später, nach den letztjährigen Ereignissen, das Daimato Embo, dieses tolle Margetturnier, findet wieder statt, aber ohne alle tollen Ginden. Kein Fairytale natürlich, weil es aufgelöst worden ist und auch die anderen gar nicht so cool. Kein Lamiers, mit Jura oder mit einem Lyon, kein Quattro Papi heißen sie. Die heißen ja nicht, ich cut das selber, das Quattro Papi heißen sie ja. Und auch die ganzen anderen Gilden sind nicht dabei, sondern irgendwelche No-Name-Gilden, die kein Mensch kennt man. Voll langweilig. Und wir befinden uns wieder bei unseren Lieblingsprotagonisten, der guten Lucy, die sich hier eben eingebürgert hat und einen neuen Job gesucht hat. Hier muss man aber wirklich sagen, Leute, ich habe ja aktuell Killer Kill angeschaut. Das war auch der Grund, warum ich kein Fairytale angeschaut habe, weil Killer Kill so awesome war. Und das besteht ja eigentlich nur aus Edgy-Humor. Und ich muss zwar sagen, Fairytale hat für mich immer ein bisschen ernsteren Ton als sowas wie Killer Kill. Bei Killer Kill kann ich da ein bisschen mehr drüber schauen als bei Fairytale. Aber in dieser Episode ist es schon wieder, es ist schon wieder grenzwertig. Sagen wir es einfach so. Aber ja, es ist halt Fairytale. Und man muss ja auch immer sagen, das ist genau wie bei One Piece. Nach einem Zeitsprung wachsen immer gewisse Teile der weiblichen Protagonisten auf immer. Das ist immer so. Und es ist auch wieder hier so. Wir sehen zumindest sehr viele Edgy-Szenen wie Lucy Bade, wie sie duscht. Ach, das Übrige halt, was wir eigentlich kennen von Fairytale. Darum geht es aber auch nicht, denn sie hat ein neues Leben begonnen. Und ist nun Reporterin. Ich muss sagen, ich habe sofort, also an was habt ihr gedacht? Ich habe sofort an Lea Rolando aus Teysosila gedacht, Mann. Irgendwie ein bisschen so verplant, ein bisschen merkwürdig. Und dann einen noch auf irgendwie erfolglose Reporter versuchen. Hey, da musste ich doch sowas von an Lea denken. Einfach. Oder auch an Brian, a family guy. Der mal versucht seinen Roman zu schreiben und der mal voll erfolglos ist. Könnte auch Lucy sein. Denn, naja, zumindestens ist sie mit, wie heißt er nochmal? Ach, ich habe seinen Namen da vergessen. Der hat immer so cool gesagt. Den haben wir schon einige Male getroffen. Und sie berichten eben vom Daimato Embo. Wir sehen da immer so ein paar No-Name-Kilden-Liege. Und dann kämpfen die auch nicht mehr vom Design so krass hin. Was ich echt enttäuscht empfinde. Ich meine, Leute. Außer ganz am Ende der eine Mage, der irgendwie so eine ganz große Kutte tragt. Ansonsten sehen die alle so langweilig aus. Und das fand ich sehr enttäuschend. Wir sehen zumindest dann, wie Lucy jetzt die Reporterin geworden ist. Erstmal als Pin-Up-Girl. Dann gab es so eine ganz merkwürdig Szene, was schon wieder sehr, sehr viel zu edgy ist. Mit einem Oktopus und Lucy. Schaut es euch selber an. Das sollte man nicht beschreiben. Und sie arbeitet sich eben hier ein neues Leben auf, in dem sie eben hier dann auf Reporter macht. Und versucht immer besser zu werden. Aber natürlich immer traurig ist, dass sie eben hier ihre Freunde eben verloren hat. Und ist in Wahrheit immer noch auf der Suche nach den Ganzen, die ja in alle Winde von hier Fiore verstreut sind. Und am letzten Tag dann, wo das große Finale ist, treten zwei Gilden an. Und Lucy sagt, hey, die eine Gilde, die hat immer Comeback-Siege gefeiert. Aber das haben sie nur gemacht, um hier die Wetten zu erhöhen. Und am Ende gewinnt auch die Gilde dann. Und ziemlich lame und alles ist voll langweilig. Doch dann kommt jemand Bekanntes. Und hey, man muss mal schauen irgendwie, Leute. Man erkennt Fairytale, erkennt man eigentlich immer an den Schuhen. Schuhen sind ein wichtiges Detail in Fairytale. Mavis mit ihren Pantoffeln. Dann natürlich die Zukunfts-Lucy auch an den Schuhen erkannt. War ja auch die erste Szene, wo man sich denken könnte, wer dahinter steckt. Und jetzt schon wieder, was wird als erstes gezeigt? Nicht der Schal, die Schuhe. Denn nachdem hier das Daimertal immer entschieden ist, kommt auf einmal ein vermummter Mage rein. Der auf einmal eine wahnsinnige Hitze schafft. Und er mit einem Hieb erstmal alle Gilden, die hier beim Daimertal-Embu beigetreten hat, weghaut. Und wir erkennen natürlich sofort, wer das war. Es ist unser guter Natsu, der wieder zurückgekehrt ist, um hier mal zu zeigen, wer hier der Chef im Hause ist. Und ja, es war ja fast zu erwarten, dass hier unsere Freunde sich wieder hier neu zusammenfinden. Und das muss ich sagen, war schon eine ganz schöne Szene dann. Es war natürlich schon wieder merkwürdig, weil Natsu von allen die Kleiner weggeschmolzen hat, inklusive von Lucy. Das war natürlich schon wieder ein bisschen grenzwertig. Aber es ist ja Fairytale. Und jetzt ist aber nichtsdestotrotz, war es eine echt tolle Szene, wo hier die beiden dann wieder aufeinander sind, sich gegenseitig anschauen und sagen, hey, wie ist es euch so gegangen? So als wäre das ganze letzte Jahr nicht geschehen. Wir wissen ja, einfach die Fairytale Zero Musik genommen und neu zerklatscht. Aber ich muss sagen, also mal abgesehen, dass das Fairytale Zero das Opening, die coolste Musik hat, die bis jetzt überhaupt Fairytale Openings hatte und die steigern sich aktuell immer. Also jedes Opening, früher hast du gesagt, okay, das erste ist cool, das dritte ist cool, das neunte ist cool und ja, so, aber aktuell ist wirklich, jedes Opening wird immer, immer besser. Das 17. war mein Lieblings, dann das 18., das 19., das 20. Und jetzt der Fairytale Zero war so toll. Und das hat man jetzt einfach genommen und dann die Ereignisse, die eben seitdem hier der neue Animationsstil gemacht worden ist, hat man einfach die genommen und einige Szenen da zusammengeklatscht. Also es war, es ist wirklich schön zu sehen, was hier unsere Freunde mal wieder durchgestanden haben von Eclipse über, über den Geisterkönig, der hier verunreicht wenig worden ist, über natürlich Tartarus, das Nonplusultra und einige nette Side-Stories wie diesen Chemo Chemo oder so. Es war einfach nett mit anzusehen, und nun, ich wünsche mir wirklich, dass es in den nächsten Folgen so ist, dass hier Natsu und Lucy erstmal sagen, hey, wir haben trainiert und jetzt, verdammt, wir müssen nochmal unsere Gilde zusammenfinden. Dass jetzt nicht einfach kommen, oh, alle stehen auf einer Wiese, dass irgendwie einfach alle sich wieder, dass man sie suchen muss und dann wieder alle vereinen und gegen eine neue Macht kämpft. Sowas wünsche ich mir, man. Ich bin wieder heiß drauf, Mann, auf Fairytale, nichts, das Fairytale-Zero nicht heiß war, es war großartig und ich habe es wirklich nur aus Zeitgründen nicht gerecapt. Es waren wunderschöne Episoden, aber Leute, es ist auch wieder schön zu sehen, wie unsere Gilde wieder zurückkehrt, unsere allerlieblings Gilde. Ja, Leute, nächste Woche geht es dann hier weiter mit dem Recap von Episode 277. Wir sehen uns dann wieder. Ich war es, euer MC Mafix und es geht nun weiter. Ich hoffe, ohne, dass jetzt zwei Milliarden Fillerfolgen kommen. Wer weiß, wahrscheinlich wird das so geschehen mit der nächsten großen Fairytale-Story-Arc. Wir werden es sehen, aber erst nächste Woche. Bis dahin, haut rein, ciao. !